Es war ungewohnt still um sie geworden. Nach Jahren voller Schlagzeilen und Schlammschlachten war Maike Kohlrichter, die zweite Ehefrau und Witwe von Altkanzler Helmut Kohl, 87, zuletzt weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Das könnte sich nun ändern, denn Helmutsch Enkel greift nach der Macht. Geht der Familienkrieg jetzt wieder los? Auch wenn Johannes Volkmann den Nachnamen seiner Mutter trägt, die Verwandtschaft zu seinem berühmten Großvater ist optisch unverkennbar. Nach erfolgreichen Gehversuchen in der Regionalpolitik strebt das junge CDU-Mitglied jetzt einen Posten im Bundesvorstand seiner Partei an. Ein mutiger Schritt, um das politische Erbe von Opa Helmut anzutreten, was Maike Kohlrichter gar nicht gefallen dürfte. Sie hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass außer ihr niemand das Andenken an den Kanzler der Deutschen Einheit hochhalten darf. Ich bin bezüglich seines Lebenswerks, seine legitime Alleinerbin und Ansprechpartnerin, stellte sie einmal klar. Nutzt Johannes seinen wachsenden Einfluss, um sich an Maike zu rächen? Schließlich ist sie für einen der traumatischsten Momente in seinem Leben verantwortlich. Als Helmut Kohl im Sterben lag, unterbrach sein Enkel sein Studium in China, um den Großvater noch einmal zu sehen, um Abschied zu nehmen. Doch Maike verweigerte der Familie den Zutritt zum Haus in Oggersheim und hinterließ so bei ihm tiefe seelische Wunden. So oder so, auf die Kohl-Familie könnten stürmische Zeiten zukommen.